Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Tetris 99, ja huch, was ist denn da passiert? Äh, das Projekt war doch eigentlich vorbei. Ja, war es auch eigentlich mal. Äh, jetzt kam das 2.0 Update und dadurch, dass ich ja jetzt, äh, Matura hab, bietet sich Tetris ganz gut an, da Tetris nicht unbedingt so ein aufwendiges Projekt ist. Und in Zukunft werden wir hier mal schauen, dass wir immer diese täglichen Missionen hier abschließen. Ähm, und ich werde auch natürlich hier diese neuen Modis hier zeigen. Aber um wieder ein bisschen zurück in dieses Tetris 99 Fieber zu kommen, äh, würde ich sagen, das hier können wir schwer spielen, ne, das ist ein Two-Player Local, weil ich hab mir für 10 Euro auch diesen DLC jetzt gekauft. Äh, lokale Arena können wir auch nicht. CPU-Kampf, das könnten wir eigentlich machen, um wieder ein bisschen reinzukommen. Äh, Marathon ist ein unendlicher Modus und, ja, genau, das war's auch schon. Also die zwei werden wir uns, äh, jetzt in den nächsten beiden Parts angucken. Haben wir eine tägliche Mission für diese hier? Erziele drei Tetris in einem einzigen Marathon. Erziele in CPU-Kämpfen insgesamt 10 KO. Okay, in CPU-Kämpfen 10 KO, das ist unser heutiges Ziel, Leute. CPU-Level machen wir mal auf 3, ja. Starten wir mal mit wunderschönen 3. Ich glaub, damit, äh, lässt sich ganz gut spielen. Oh, Mensch. Oh, da sind die Spieler aber schnell connected. Okay. Ähm. Dun, 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 dun. Oh, ich muss erst wieder ein bisschen reinkommen. Ich muss erst wieder ein bisschen reinkommen, Guys. Äh, ich bin aus dem Game hier schon ein bisschen raus. Ist ja auch schon ein schönes Stückchen her, dass ich es gespielt hab, ne, muss man ja so aussagen. Äh, die CPUs visieren mich auf jeden Fall ziemlich schön an, muss ich sagen. Ja, das, äh, kann man definitiv machen. Und da haben wir mal kurz ein Tetris rausgehauen. Die CPUs dürften ja auf diesem 3er-Level, glaub ich, noch nicht so viel können. Aber ich weiß nicht, vielleicht unterschätzt ich sie auch, die CPUs. Ja, keine Frage, geht auch. Aber, ich glaube, auf diesem 3er-Level sind die noch nicht so krass. Ich hab noch keine einzige Kombo hier abbekommen, so vom Ding her. Aber, also, denke ich auch jetzt mal, dass, äh, die ganz schaffbar sind. Vielleicht kommt jetzt gleich das Karma und denkt sich so, Hihihihi, ich zerberste dich. Kann natürlich auch sein. Aber, oh, wow, gleich eine Reihe. Oh, ah ja, das ist ja ganz kritisch hier. Okay, so, gar kein Thema. Alles easy. Ah, nicht gut, nicht gut, nicht gut. So, schon besser. Ai, 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 guys. Ai, 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 ai. Oh, das war jetzt gar nicht so gut, was ich da gemacht hab. Oh, ein K.O. immerhin schon. Wir müssen ja 10 K.O.'s erzielen. Das ist unsere tägliche Mission heute. Äh, und mit diesen täglichen Missionen können wir uns ja, äh, wer von euch die Direct geschaut hat, weiß das. Äh, ja, mit diesen täglichen Missionen können wir uns so tolle Sachen wie Themes kaufen. Diese Themes waren ja davor, äh, so exklusive Sachen wie diese, äh, na, für diese Tetris-Marathon da, wo man Punkte sammeln musste. Und jetzt gibt's da auch exklusive Skins zum Kaufen. Ähm, genau. So sieht's aus. Und jetzt werden wir hier mal kurz, oh yes, noch ein K.O., Leute. Richtig gut. So mag ich das. So mag ich das. So muss das vor allem. Leute, 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 Leute Wir sind ein guter Boy, würde ich jetzt mal sagen Okay, alles easy bisher Tetris 99 ist halt, würde ich mal sagen Ganz lustig zum Zuschauen Und ich brauche für diese Videos nicht viel Aufwand Daher eignet es sich halt perfekt für die Matura jetzt Ja, genau Und deshalb mache ich diese Videos jetzt Vielleicht habt ihr auch wieder Bock drauf Und dann kann ich das vielleicht noch ein, zwei Wochen länger bringen Wenn ihr Bock drauf habt, ne Das ist gar kein Thema Wenn ihr Bock drauf habt, dann zeigt mir das einfach Ja, dann zeigt mir das einfach Ihr wisst schon, wie ihr mir das zeigen könnt Ich glaube, da muss ich jetzt nicht danach betteln Wie diese größten Assi-YouTuber, ne Das, glaube ich, muss nicht sein So schlau seid ihr schon selber Dass ihr wisst, was ihr mir da zeigen müsst Ne So Bisher alles chillig Ähm Ja, online geht es natürlich nicht so chillig her Das ist auch ganz logisch Wobei ich jetzt gerade ziemlich verkackt habe Ah, geht Geht Habe ich mich nochmal ein bisschen gesaved, muss ich sagen Ja, da habe ich mich gerade ganz gut gesaved Okay Oh, eine fette Runde hier, Alter Die eine fette Runde könnte schon den Bad füllen Holy shit Aber So natürlich nicht So natürlich nicht Ich meine, ist ja auch noch nicht sicher, ob wir gewinnen Hier bei CPU-Kampf will ich schon mindestens einmal gewinnen Ja, das wäre schon was ganz Nettes Weil Beim CPU-Kampf wäre es Wäre es schon eine feine Sache Wenn man zumindest einmal gewinnen würde Und 10 KOs brauchen wir ja Äh, dazu müssen wir natürlich fette Kombos machen Im Online habe ich ja schon mal relativ viele KOs gemacht Aber Ich bekomme gerade irgendwie nicht so viele Kombos hin, wie ich gerne Ja, haben würde Muss ich sagen Weiß ich nicht, was da los ist Ja, das ist gerade ganz komisch Ich kriege nicht so viele Kombos zusammen, wie ich gerne hätte Schade Ja Schade, schade Zack Jawohl, genau das eine Ding Genau So muss das Oh, 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 oh Shit Oh, oh Da haben wir gerade fett abkassiert, Leute Da haben wir gerade fett abkassiert Hier im CPU-Trainings-Modus Ähm, kann man ja auch wirklich gut üben Ähm, dass man mit dieser Schnelleren Spielgeschwindigkeit Klarkommt Ne Weil die schnelle Spielgeschwindigkeit Die ist natürlich schon Sehr Äh Ja Äh Speziell würde ich jetzt mal behaupten Leute Äh Mensch Nur noch 10 Spiele Oh, jetzt geht's ab Oh, Leute Die Musik, Alter Ich feier die Musik nur immer so, Alter Oh, oh Okay, alles gut Nein, 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 nein Das war gar nicht gut Das war gar nicht gut Aber egal Kein Thema Kein Thema Dann, dann Dann, 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 dann Dann, dann Dann, 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 dann Warum spiele ich mit Pro Controller Warum spiele ich mit Pro-Controller Das D-Pad ist scheiße Das D-Pad ist scheiße, Mann Ich kann da nichts für Oh no, oh no, das war nicht so schlau Oh, ja, okay Okay, jetzt wird's kritisch Jetzt haben die mich alle anvisiert Ist natürlich auch logisch, ja, ich mein Bei so einem Idioten würde ich den auch anvisieren, ja So, da, oh Noch ein KO, 5 Leute, 5 Aber, oh, das, das, das wird Sehr kritisch Das wird sehr, sehr kritisch Oh, ein Mini-T-Spin Oh, ein Mini-T-Spin, Leute Oh, ein Mini-T-Series No, 5 da Oh Ah, verdammt Ah Okay, Leute, das versuchen wir noch mal Alter, wie viel besser Kills man macht, wenn man auf dieses leichte KO umstellt, da oben Mit dem rechten Stick Das ist krank, Alter Ich hab, glaub ich, alleine in dieser Runde Jetzt schon fast 10 Kills gemacht Das ist ja Completely crazy, Alter Das ist completely crazy, Guys Okay Es läuft 27 sind's nur noch Und ich bin, glaub ich, ganz gut dabei Alter, guckt euch das an Guckt euch den Schizzly-Dizzl an Holy Moly Okay Äh Ja, das kann man mal machen Das war jetzt zwar nicht der Schlaueste, aber Damit kann ich immerhin eine Kombo rausballern Na, 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 na Oh, ich, ich mag die Musik Alter, wir haben bald den vollen Multiplikator Das ist crazy, Digis Das ist crazy Sieg So crazy, Alter Okay Alter Tetris 99 Macht schon ein schwieriger Spaß Das ganze zu Let's Play, muss ich sagen Ähm Es war ja, glaub ich, ein bisschen too much Als ich es damals gestartet hab Aber jetzt nach etwas längerer Pause Das Format wieder zu überleben War, glaub ich, gar nicht so eine schlechte Idee Ich mein, ich muss drauf warten Wie die Aufrufzahlen sind, ne Dann kann ich das erst so Mehr oder weniger beurteilen Wie erfolgreich das Ganze ist, ja Ähm Aber So Vom Spaßfaktor her Mir macht's definitiv wieder Spaß Und warum spiele ich noch immer mit dem Pro Controller Jetzt mal ernsthaft Ich bin doch so inkompetent Warum mach ich das Es, es ergibt sowas von gar keinen Sinn Warum ich das mach Mit dem Pro Controller spielen ist das dümmste auf der Welt Der Pro Controller Jeder kennt die Probleme des Pro Controllers Alter, dass ich das hier noch save Ne, dass ich das hier noch save Das ist wirklich Äh, erstaunlich Pfff, okay Das war gerade ein bisschen Maximal Brain AFK Ho, hu Okay Okay, 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 okay Das war jetzt auch nicht so geil Muss ich sagen Ähm, na Ah, okay, alles gut Alter Was mach ich hier Was mach ich hier Was mach ich Oh, oh shit Zehn Zehn Damit hab ich jetzt eigentlich nicht gerechnet Damit hab ich jetzt eigentlich nicht gerechnet Äh, ich dachte nicht, dass ich die Runde noch so weit komme Weil ich mir eigentlich vorher gerade ziemlich was Äh, verschissen hab Vom, äh, Ding her Ähm Oh, okay Ich mein Why not Oh, okay Jetzt, jetzt war's das Immerhin Mal schauen Wie weit ich's noch durchhalte Ja Mal schauen Ähm Boah, yo Äh Oh ja, das hat mir nochmal ein bisschen was gesaved Da, 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 da Oh, wir haben noch jemanden Chaot Wir haben nochmal jemanden Chaot Aber jetzt sind wir in der Fokus Das ist, äh Nicht so nice Ähm Okay Da hätten wir drin Platz Da auch Okay Oh, nee Oh, nee Gar nicht gut Oh, schüssel die Dizzle Oh, schüssel die Dizzle Oh, schüssel die Dizzle Oh, nee Das, das wird wieder nix Das wird wieder der fünfte Platz, glaube ich Das könnte wieder der fünfte Platz werden, Leute Und genau, das wird's auch Oh, shit Es war wieder der fünfte Verdammt Aber wir haben das hier erfüllt Dann gehen wir doch mal auf Personalisieren Ich weiß gar nicht, wo der Shop ist Ich schätze mal, der ist hier bei Designs Ja, so sieht's aus Die kosten hier 15 pro Stück, oder wie Ach, aber ich habe erst 11 Ach, so Oh, ich dachte, ich habe 10 Stück bekommen Oh Man kriegt immer nur ein Ticket pro Mission Oh, shit Das ist ja gar nicht so easy, an die ranzukommen Uh Komm Zum Spaß Oh, die Startanzahl der KO-Abzeichen Kann ich auch festlegen 4 KO-Abzeichen und CPU-Level 5 Let's go, guys Oh, nee Das wird, äh Hupala Ja Das wird ein bisschen Hupala Ähm So Machen wir für heute die letzte Runde Oh, shit Da werde ich ja schon wieder fett anvisiert Aber ist bisher ja kein Thema Ja Bisher kein Thema So So weit So weit, so gut, ja So weit, so gut Ich meine, das Problem ist Wir haben gerade, äh Ein paar Fette Bestrafungsblöcke Kassiert Ähm Ähm Warum ist das so Ach so Dadurch, dass wir so viele Abzeichen haben Äh Werden wir von so vielen Leuten anvisiert, oder was Liegt das da dran? Ich hab das System noch nie genau verstanden, aber Ich glaube, das könnte tatsächlich sein Dass je mehr von diesen Abzeichen man hat Äh Desto mehr wird man auch anvisiert Oh, das könnte tatsächlich sein, ne Uh Das könnte tatsächlich sein Aber Einfach mal wegrasieren hier Einfach mal wegrasieren So muss das Leute So muss das Geilo Geilo-Mat So Hier noch kurz was reinsetzen Zack, zack Gar kein Thema, guys Na Trotz dessen, dass ich hier anvisiert wäre Des Todes Werde ich trotzdem hier alles rasieren Das ist, äh Gar kein Thema, ja Gar kein Thema Oh, guys Das Spiel macht einfach So gute Laune Liegt wahrscheinlich an der Musik Höchstwahrscheinlich Äh Aber das Das ist schon okay So Naja, die Musik Oh shit, Alter. Wir machen so viele Chaos. Das ist auch... Alter! Was ist los hier? Das, äh... Okay. Alles klar. Äh... Ja, alles klärchen. Wunderbar. Nein! Was mach ich denn? Oh nee, das muss ich jetzt irgendwie wieder safen. Das muss ich jetzt irgendwie wieder safen. Boah. Das hätte jetzt fast mein Aus bedeutet. Aber ich glaube, ich kann es noch safen. Ja, doch. Das dürfte noch zu safen sein. Das dürfte noch zu safen sein. Alles gut. Ja, 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 ja. Alles gut. Alles gut, Leute. Hohoho. Alter Falter. Was mach ich hier für ein Ding? Was mach ich hier für ein Ding? Das ist crazy teilweise, was ich hier mach. Was ich hier veranstalte, ist... Ja. Macht man nicht jeden Tag. Sag ich jetzt mal. So. Zack. Einmal hier ne Kombo rausgehauen. Einmal hier. Einmal hier. Oh, alter. Gut. Wunderbar. Leute. Trotz dessen, dass wir uns hier grad auf Schwierigkeitsstufe 5 befinden, äh, finde ich, dass ich mich echt verdammt gut schlage. Also, no joke. Ich finde, dass ich mich verdammt gut schlage dafür, dass wir uns hier auf Schwierigkeitsstufe 5 befinden. Ähm, also ich hätte da tatsächlich damit gerechnet, dass ich da relativ schnell weg vom Fenster bin, wenn wir hier auf Schwierigkeitsstufe 5 spielen. Aber dafür geht das hier echt klar. Und da bin ich echt zufrieden, wie es hier läuft. Äh, der CPU-Modus ist echt super zum Trainieren, muss ich sagen. Ähm, also um da das ganze Online-Game zu trainieren, das ist ziemlich optimal, muss ich sagen. Äh, eignet sich perfekt. Also, wenn jemand von euch Probleme online hat, legt euch vielleicht diesen DLC für 10 Euro hier zu, wenn ihr das Geld grad übrig habt. Ähm, lohnt sich, würde ich sagen. Lohnt sich wirklich. Ähm, weil da kann man dieses Online wirklich sehr gut trainieren. Definitiv, würde ich jetzt mal behaupten, ja. Ich mein, jetzt wird's langsam stressig, weil ja, jetzt, jetzt hab ich auch grad nicht mehr die richtigen Steinchen, die ich haben will. Aber vielleicht schaff ich es mich noch minimal zu safen. Pff, boah. Holy shit. Ähm, das hat grad mehr mit Glück zu tun, als mit Verstand übrigens, ne. Nur, falls sich jemand fragt. Das hat grad nichts mehr mit Verstand zu tun. Das ist, das ist pures Glück, was ich hier grad veranstalte. OHH ACH 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 A Bitter, bitter, aber Oh, ich habe ein neues Spielersymbol Sehr geil, aber ich bin ganz zufrieden mit meinem Bärchen Also auf Schwierigkeitsstufe 5 Und maximale Anzeichenabzahl Trotzdem Platz 12 Da bin ich sehr zufrieden, was haben wir denn freigeschalten Schauen wir doch mal ganz kurz Ja, wir haben Oh, die Katze, ich bin doch nicht zufrieden mit meinem Bären Wo ist die Katze? Oh, oh Ja, oh, die Katze ist sweet, Alter Soviel zum Thema, ich bin zufrieden mit dem Bären Okay, Leute, ich würde sagen, das war es wieder mit einer neuen Folge Von Tetris 99, wenn ihr Bock auf weitere Folgen habt, dann lasst gerne Ein Like und ein Abo da und natürlich Könnt ihr auch die Glocke aktivieren Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Bis dahin und ciao Oh, damn Bis dahin und auf Wiedersehen